Du stehst jeden Morgen auf, wachst auf und denkst immer nur an das Positive. Du stehst auf und denkst nur an diese 21 Wörter. Diese 21 Wörter, die da jetzt für dich kommen, haben für mich, mein Leben, sie mal mehr verändert. Und diese 21 Wörter können auch dein Leben verändern. 21 Affirmationen. Herzlich Willkommen zu diesem kleinen Hörbuch. Ich bin mein eigenes Glück. Ich mache mir keine Sorgen und kleine Dinge. Ich lege Wert auf meine körperliche und mentale Gesundheit. Ich fühle mich stark und gut. Ich werde geliebt. Ich bin selbstbewusst und positiv. Ich werde heute freundlich zu mir selbst und mit meinen Mitmenschen sein. Ich akzeptiere alle Teile meines physischen und spirituellen Selbst. Ich bin der Liebe und des Respekts würdig. Meine Umgebung stimuliert und beruhigt mich. Ich bin von Positivität umgeben. Ich bin da, wo ich sein will. Ich arbeite ständig daran, meine Ziele zu erreichen. Ich bin mehr als nur meine physischen Eigenschaften. Ich mag es, wenn ich mich selbst im Spiegel sehe. Ich bin den ganzen Tag produktiv und energetisch. Der Tag erfüllt mich mit Energie und Zuversicht. Heute ist ein Geschenk und ich bin gespannt, hier zu sein. Heute ist ein schöner Tag. Was auch immer heute passiert. Morgen ist ein neuer Tag. Ich bin gespannt auf das, was morgen kommen wird. Ich bin gespannt, wie es heute passiert. Vielen Dank.